Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video Clash Royale. Es ist eine Notfallfolge, weil ich heute noch in technische Hilfswerke gehe. Und deswegen habe ich heute nicht so viel Zeit. Und deswegen mache ich jetzt eine kleine Notfallfolge, damit überhaupt was kommt. Die letzte Zeit, vor sechs Tagen, kam mir noch Clash Royale. Ich habe mir jetzt einen zweiten Kanal erstellt. Und werbe da auch dieses Rauspringen, wobei ich da was irgendwie gelockt muss. Und das geht auch mal gut aus, weil wir ja die guten Karten haben. Aber ich habe auch gute Karten, deswegen. Ja, nicht so gute, bitte. Das können wir hier irgendwie machen. Okay. Ja, und das ist nice. Das ist das Typ, der Rang mit denen mache ich vielleicht nachher nicht noch überdessen. aber Elite-Barbarin. Ja, Elektromagier, das ist ja auch okay. Auf Arena 6. Warte mit den Becken. Oh Gott, ich bin hier. Ich bin hier zu nehmen. Ich will sie einfach mal vollstärmen mit Granada. Ich will sie einfach mal vollstärmen. So, das ist ja geil. Hat auch Spaß gemacht. Ich hab gemerkt, dass in den letzten Tagen ich nicht so gut verstanden habe. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber ich bin hier mit meinem Telefon. Und dann geht das einfach mal. Ich mach das auch meistens mit Trifte drin. Und... Dann ist ich mal etwas zu laut. Dann mal wieder etwas zu leise. Dann klappen aber das nicht mit den Einstellungen. Dann bring ich manchmal den Lügel nicht raus oder ohne Turm. Dann ja mal wieder etwas zu sehen. Dann kommen die Spiele. Dann gehen wir jetzt mal an. Dann gehen wir 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 mal an. das ist und auch hier ist es ist sehr kalt und dann merke ich auch das ist schmerz in den ein Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, Leute, wie ihr es vielleicht gehört habt, war gerade draußen ein bisschen Lärm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Komm, was ist kaputt? Ja. Okay, okay. Können wir gerne nochmal Tipps in die Kommentare schreiben, was man wegen verschiedenen Karten machen kann oder mich verbessern kann, den gerne Tipps an, den ich dann auch nicht getippt, weil ich da in diesem Ziel eher wenig durchschwingt. Was? Ich kann es sitzen. Dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Like ab. Ciao, ciao.